Beechee Island, 64 Grad, 43 Minuten Nord, 91 Grad, 50 Minuten West. Wir erreichen Beechee am 7. August. Es ist nach Mitternacht, als wenn die Erebus Bay einfahren. Die Sonne wirft ihre Strahlen knapp über die Berggipfel uns entgegen. Ein unirdisches Offenbarungsgleißen, das selbst für Traktatillustrationen der Zeugen Jehovas ein bisschen arg dicke wäre. Wir stehen alle mal hoch am Deck und halten den Atem an. Schwer zu glauben, dieser Ort und dann ein solcher Special Effect dazu. Wir sprechen wenig und wenn scheinend Schlüsterton irgendwie angebracht, Beechee. Wir sehen durchs Fernglas erst die Gedenkstählen unterhalb der surrealen Klippe des Cups, dann weiter nördlich, weißleuchtend die Gräber von John Torrington, William Brayne und John Hartnell, den Matrosen Franklins. Unglaublich. Beechee. Hätte ich jemals gedacht, eines Tages auf Beechee zu stehen? Als ich vor 20 Jahren die Entdeckung der Langsamkeit las, als ich vor 10 Jahren begann, meine frisch geschlüpfte Obsession mit Polarliteratur zu peppeln? Wir werfen Anker direkt vor den Gräbern, deren Schatten sich lang über den Kiesstrand dehnen, der Motor verstummt. Wir sind aufgekratzt, alle mit einem Rum toasten wir, auf Franklin natürlich. Wir haben uns aufs Achterdeck gesetzt und schauen, mit dem tiefen, feierlichen Gefühl auf geheiligten Boden zu sein, nach dem Lande hinüber, so Walt Amundsen. Dazu spielen wir den Nordwestpassagen-Song und werden erst still, dann beginnen wir, in den Refrain einzustimmen, die Gegenwart Beechees von berückender Intensität. Beechee, sagt Wolf, unser Käpt'n, als ich in ein halbes Jahr später nach seinem eigenen emotionalen Höhepunkt der Reise fragen werde, die roten Strahlen der Mitternachtssonne über Beechee, der Augenblick, als wir alle fast geweint haben. An Dramapotenzial ist die Geschichte der letzten Franklin-Expedition schwer zu überbieten. Seine zwei Schiffe, die Erebus und die Terror, wurden am 26. August 1845 vor der Einfahrt in den Lancaster Sound das letzte Mal gesichtet. Dann verschwanden sie mit 129 Mann und Maus. Sieht man mal ab von Torrington, Brain und Hartnell, deren Grabstehlen noch 166 Jahre später schmale Schatten über Beechee werfen. Beechee, in der Tat, Beechee, auch in der Vormittagssonne, die wenigen Farben sanft moduliert, als hätte man beschlossen, so viel stringente Kargheit müsse uns schon beigebracht werden. Ich stehe vor den Gräbern. Holzbretter, silbrig verwittert, darauf Metallplaketten, nicht die Originale, die sind bereits seit 1995 in irgendeinem Museum. Eingefasst vom eleganten Schwung der Bucht wie eine Gemme, die Santa Maria Australis. Heute wirkt sie wie eine japanische Tuschezeichnung, flüchtig vor stilisierten Plateaubergen. Wie Amundsen blicke ich über die blaue Bucht und versuche, sie mir vereist vorzustellen. In arktischer Nacht, die beiden Schiffe genau dort vor Anker, wo die SMA liegt, die Gräber, die in den eisenharten Boden gehackt, die Worte, die über die Toten gesprochen werden und in erbarmusloser Kälte kondensieren. Unsere Sonne hat mittlerweile Wucht entwickelt, T-Shirt-Intensität. An Lebensfeindlichkeit herrscht dennoch kein Mangel, kein noch so zaghaftes Grün nirgends. Verglichen hiermit war Tay Bay ein Dschungel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017